Ja, liebe Geschwister, liebe Versammlung, das, was ich heute sagen will, das liegt mir sehr schwer auf dem Herzen, schon seit längerer Zeit und zwar einfach deshalb, weil ich sehe, dass Dinge getan werden, vor allen Dingen in der evangelikalen Szene, die absolut konträr zum Worte Gottes sind. Das ist wie ein Krebsgeschwür. In der Evangelisation sehe ich, dass Geschwister so evangelisieren. Ich sehe das in unzähligen Predigten auf YouTube und sonst wo und das ist wirklich furchtbar. Das Problem ist folgendes. Wir Christen, Brüder und Schwestern, tun oftmals in einer sicherlich gut gemeinten Absicht das Evangelium vereinfachen oder beschränken und es so dem gottlosen, egoistischen Sünder anpassen, damit wir ihn so zu Christus bringen. Ich sehe das wirklich sehr oft, wenn ich mit Geschwistern missioniere, dann sehe ich sehr oft, dass Abstriche getan werden. Man tut sich seinem Egoismus anpassen und so versucht man ihn zu Christus zu bringen. Ja, das Ganze ist so intensiv schon falsch, dass die Vorstellung von dem Herrn Jesus Christus, wer er wirklich ist, dass die Welt schon ganz anders von dem Herrn Jesus denkt und nicht nur die Welt, sondern auch in christlichen Kreisen sind falsche Bilder von dem Herrn. Ja, die Frage ist halt folgendes, ob solch eine Evangelisationsmethode überhaupt gewinnbringend ist. Lass mich mal kurz darstellen, wie oftmals versucht wird zu missionieren. Ich bin selbst schon davon schuldig geworden, ich denke viele von uns auch und zwar folgendermaßen. Stell dir vor, ich rede jetzt mit einem gottlosen Sünder und sage ihm folgendes, ja, Jesus Christus, er liebt dich und wie ich sehe, du hast noch nicht den Herrn Jesus, du bist noch nicht im Glauben und du hast auch viele Probleme in deinem Leben. Du hast mangelnde Freude, mangelnder Friede, du hast kein festes Fundament und deine Ehe geht ja auch momentan in die Zerbrüche. Komm zu Jesus, er hilft dir bei all diesen Problemen. Er hilft dir, dass deine Ehe wieder normal wird. Er schenkt dir Freude, wie du sie ohne ihn nicht hast. Und so wird dann versucht, den Gottlosen zu gewinnen. Dass man mit verdorbenen Evangelisationsmethoden versucht, den Menschen einfach in ein Gebet zu pressen und wenn er dann ein Gebet gesprochen hat, dann wird es gleichgesetzt mit der Wiedergeburt. Hauptsache Gebet ist gleich Wiedergeburt. So ist die Formel heutzutage. Allerdings frage ich mich wirklich, ob sowas überhaupt gewinnbringend ist, ob Menschen dadurch wirklich zum lebendigen Glauben finden können. Ja, dann habe ich mich gefragt, wie klingt das Ganze wohl, was inhaltlich natürlich vielleicht einerseits auch richtig sein kann, was ich gerade eben gesagt habe, aber wie klingt das wohl in den Ohren eines egoistischen Sünders, was ja alle Sünder erstmal sind von Natur aus. Er wird sich denken, ja wunderbar, ich bin ja auch verliebt, verliebt in mich selbst, so denkt der egoistische Sünder. Und Jesus liebt mich noch mehr als das. Das ist ja super. Dann brauche ich mein Leben ja nicht zu ändern. Ich komme einfach zu ihm. Er schenkt mir Friede, Freude, die ich ohne ihn nicht habe. Und on top bekomme ich noch Sündenvergebung. Das ist ja klasse. Dann habe ich ja nichts mehr zu ändern. Und das Ganze scheint ja auch zu funktionieren. Ich meine schließlich, schlussendlich kommen ja so viele Menschen sehr viel ins Gebet und Menschen deklarieren wir als Wiedergeboren. Und schauen wir einfach mal, was die Schrift zu dem Ganzen sagt. Schlagen wir auf. Johannes 6. Das Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Da geht es in den Versen 1 bis 15 erstmal darum, dass der Herr Jesus die Menschen gesättigt hat. Und zwar die Speisung der 5000. Er hat ihnen Brot gegeben. Sie wurden satt. Und dann lesen wir in Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Also wir sehen hier, dass Menschen zum Herrn Jesus Christus kamen und sie wollten ihn verherrlichen. Sie wollten ihn zum König machen. Aber hat der Herr solch eine Verherrlichung angenommen? Wollte der Herr, dass der Mensch aus solchen Motiven ihn verherrlicht und zu ihm kommen will? Lesen wir Vers 26 im selben Kapitel. Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Also der Herr hatte überhaupt gar kein Wohlgefallen, wenn der Mensch aus solchen Motiven zu ihm kam. Wenn der Herr sich aus solchen Motiven zu ihm bekehren wollte. Ja, warum hat der Herr daran kein Wohlgefallen? Es ist einfach deshalb, weil der Herr solche Dinge, die wir dem gottlosen Sünder so oft propagieren, dass der Herr solche Dinge überhaupt gar nicht gibt. Nicht mal uns, die wir wiedergeboren sind. Zu dem Thema, ja, komm zu Jesus, weil da hast du dies und jenes und etwas. Lass uns mal die Stelle in Matthäus 10 aufschlagen. Matthäus 10, Vers 34. Das ist ein Vers, wo sicherlich die meisten denken, dass so ein Vers nicht in der Bibel steht. Matthäus 10, Vers 34, da steht, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Der Herr Jesus ist, sagt er hier, nicht gekommen, um Frieden zu bringen. Also, er ist nicht gekommen, um diesen äußerlichen Frieden zu bringen. Er ist nicht gekommen, dass ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt und danach hat er friedvolle Umstände. Das zeigt doch schon, wie verdorben es ist, wenn man den Menschen mit solchen Sachen gewinnen will. Ja, komm zu Jesus, da hast du friedvolle Umstände und sonstige Dinge. Der Herr sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu geben. Nicht äußeren Frieden, nicht Frieden in Umständen. In Johannes 14 wiederum sagt er ja sehr wohl, dass er kommt und auch Frieden schenkt. Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das bezieht sich allerdings nicht auf den Frieden in den äußeren Umständen, sondern der Friede, der in unseren Herzen wohnt. Der Friede, dass wir wissen, wir sind nun mit Gott versöhnt. Und dieser Friede, der trägt uns dann durch. Aber einen äußeren Frieden tut der Herr Jesus uns überhaupt nicht versprechen. Weiter lesen wir, wenn wir Matthäus 10 lesen, die Verse 35 bis 39, dass der Herr sagt, dass es sogar sein kann, dass wenn ein Mensch sich zu Jesus Christus bekehrt, dass gerade dann die Familie mit einem nichts mehr zu tun haben will. Ich meine, das sehen wir auch in unseren Kreisen, dass sich Familienmitglieder abwenden, weil sich Menschen zum Herrn Jesus Christus zu bekehren. Deswegen ist auch allein die Tatsache, komm zu Jesus, dass deine Ehe gerettet wird, auch absolut irrsinnig. Der Herr Jesus ist nicht gekommen, um erstmal die Wünsche der Menschen zu erfüllen, als sei er ein Wunscherfüller, sondern er ist gekommen, um die Menschen zu erretten vor der Hölle. Darum geht es erstmal, wenn man zu Jesus Christus kommt. Weiter haben wir auch überhaupt keine Versprechungen, wenn wir Christen sind, für irgendwelche irdische Güter. Wir haben überhaupt keine Versprechungen dafür. Der Herr sagt stattdessen in 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Der Herr sagt also Nahrung und Kleidung und das soll uns genügen. Wir haben keine Versprechungen, nicht mal für ein Dach über den Kopf, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Er sagt ja sogar, er, Vögel haben, Nester, Füchse haben, Höhlen und so weiter, worin sie sich bergen können, aber der Sohn des Menschen, er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und zu dem Thema Selbsterfüllung kommt zu Jesus, da wirst du komplett erfüllt mit deinen Wünschen und dies und jenes. Da sagt der Herr in Lukas 9, Vers 23, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das hat sehr wenig mit Selbsterfüllung zu tun. Eher Selbstverleugnung, das sagt der Herr. Das bedeutet, wenn man sich zum Herrn Jesus Christus wendet, dann muss man sich bewusst sein, dass man von dem einen Sklaven, nämlich der Sünde des Teufels, zu einem anderen Sklaven wird, nämlich des Herrn Jesus Christus. Man verleugnet seine Interessen, man verleugnet seine Wünsche und seine Vorstellungen. Es geht nicht mehr um einen selbst. Natürlich, um es zu vervollständigen, kann es sehr wohl sein, dass wenn man zum Herrn kommt, dass die Ehe gerettet wird, aber überhaupt erst mal nicht so, wie der gottlose, egoistische Sünder sich das vorstellt. Nämlich nicht, dass dann dein Ehepartner sich ändert und auf einmal dir nachgibt, sondern eher, dass Christus dich verändert, dass du demütig wirst, dass du es ertragen kannst, wenn dir Benachteilungen getan werden. Das ist erst mal das. Und gerade dadurch, dass man ein Christ ist, wird man viel mehr Verfolgung erleiden. Das ist nicht nur eine Hypothese oder eine Möglichkeit, sondern das ist eine feste Tatsache. In 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt der Herr, Und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wie eine feste Tatsache. Nicht möglicherweise oder sonst etwas, sondern wenn wir gottesfürchtig Christus Jesus nachfolgen wollen, dann werden wir Verfolgung erleiden. Also, wenn wir wiedergeborene Christen werden, dann wird es kein Zuckerspiel, dann wird es nicht einfach, ja wunderbar, jetzt ist alles viel besser und deshalb komme ich zum Herrn, sondern die Probleme im Leben, sozusagen die äußeren Umstände, die werden noch viel problematischer. Also, um das zusammenzufassen, was ich gerade gesagt habe, der Herr gibt uns überhaupt keine Versprechungen für das irdische Leben, dass es uns irgendwie in Umständen gut gehen würde. Ganz im Gegenteil. Er verspricht uns auch überhaupt keine Freuden, die wir noch in dieser Welt haben könnten. Außer eine Freude. Und diese eine Freude trägt uns komplett durch. Und es ist die Freude, dass der Herr uns vergeben hat. Er hat uns errettet vor der Hölle. Der Herr Jesus ist nicht gekommen, um uns zu erretten vor einer mangelnden Freude. Und in dem Herrn hast du absolute Freude. Der Herr errettet uns auch nicht vor einer schlechten Ehe oder sonstige Dinge, sondern wovor der Herr uns errettet, ist erstmal vor unserer Sünde, die uns anklagt und vor Gottes Zorn, dass wir in die Hölle geschickt werden. Und das ist das, wovon der Herr den Menschen erretten will. Und diese Freude an dem Herrn, die trägt uns durch. Wir als Christen haben keine Versprechungen mehr für äußere Umstände, für Freude, Freudigkeiten in äußeren Umständen. Natürlich können wir Freudigkeit haben in Gottes Gnade, in natürlichen Dingen, zum Beispiel an der Ehefrau, an den Kindern, an natürlichen Dingen, aber das sind überhaupt keine Versprechungen. Erst wenn wir in der Ewigkeit sind, werden uns solche Dinge versprochen. Solange wir auf dieser Erde leben, haben wir keine Versprechungen für gute Umstände oder haben wir keine Versprechungen für irgendwelchen Frieden oder sonstige Dinge, die in den Umständen herrschen. Sondern erst in der Ewigkeit haben wir nicht nur den inneren Frieden, sondern auch den äußerlichen Frieden. Ja, darf man jetzt etwa einem Menschen nicht mehr sagen, dass Jesus ihn liebe? Doch, natürlich kann man das sagen, aber sicherlich darf man das nicht als allererstes sagen in den meisten Fällen und sicherlich auch nicht einfach nur dabei belassen, sondern das bestätigt den Sünder meistens einfach nur darin, in seiner Gottlosigkeit, dass er so weitermacht. Die Menschen, die müssen das ganze Evangelium hören. Der Mensch, er muss sich seiner Not bewusst werden, die er vor Gott hat. Und seine Not ist, wie gesagt, nicht, dass er eine schlechte Ehe hat erst mal, sondern seine Not ist seine Sünde, die er vor Gott hat und dass er unter der Herrschaft des Satans steht. Das muss der Mensch hören und wir wissen natürlich alle, das schmeckt ihm natürlich nicht. Auch uns ist eine Überwindung, das ihm ja zu sagen, das ist ja klar, das ist ja offensichtlich, weil wir wissen, dass dann in den meisten Fällen Widerstand herkommt. Aber dann frage ich mich auch, warum wurden dann wohl die ganzen Apostel verfolgt? Warum lesen wir in der Schrift, dass der Apostel Paulus so viele Verfolgungen durchmachen musste? Alle anderen Apostel auch oder in der Kirchengeschichte, dass Menschen, wenn sie ernsthaft von dem Herrn Jesus evangelisiert haben, dass sie immer Verfolgung erleiden mussten, so wie der Herr es uns ja auch hier verspricht in seinem Wort. Auch uns übrigens. Es war nicht, weil der Apostel Paulus und die Christen in der Vergangenheit den Menschen von einem glücklichen Leben versprochen haben und sonstigen Dingen, sondern weil sie bemüht waren, den Menschen ihrer Not bewusst zu machen, die sie vor Gott haben. Und deshalb kam auch viel Verfolgung mit sich. Die Botschaft, die wir verkündigen, ist also absolut eine intolerante Botschaft. Wir dürfen das nicht verfälschen. Es ist in dem Sinn intolerant, weil wir immer festhalten müssen, dass der Herr Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dass alle andere Wege, wie sie auch immer heißen, auch wenn man sich keiner Entscheidung widmet, dass alle andere Wege in die Verdammnis führen. Und diese Botschaft, die wir den Menschen bringen, die zeigt einfach, dass er verdorben ist. Und der Mensch meistens hängt natürlich Widerstand. Er will sich selbst rechtfertigen. Er will sagen, nein, so schlecht bin ich nicht, dass wir verrückt sind und so weiter. Aber was meint denn der Herr damit, wenn er sagt, dass er als Arzt gekommen ist und zwar nicht für die gesunden Menschen, sondern er ist als Arzt gekommen für die Kranken. Das bedeutet für diejenigen, die wissen, dass sie krank sind vor Gott, dass sie Mangel haben vor Gott, dass sie nicht Mängel haben in zu wenig Freude, sondern sie haben Mangel vor Gott. Für diese Menschen ist der Herr Jesus Christus gekommen. Und solange sich ein Mensch, in welcher Situation er auch immer steckt, sich nicht bewusst ist, dass es ihm vor Gott mangelt, kann er nicht zum lebendigen Glauben kommen. Der Mensch muss sich seiner Sündhaftigkeit bewusst sein, dass er einmal unter der Herrschaft des Satans steckt und dass er ein verdorbener Sünder ist. Und dann kann der Mensch, der Herr erst einen Menschen erretten. Und deswegen lesen wir auch immer, wenn der Herr selbst evangelisiert hat, Folgendes. Das Erste, was der Herr selbst gesagt hat im Markus-Evangelium war, der Satz, tut Buße, Markus 1, Vers 15, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er hat gesagt, tut Buße, eine völlige Umkehr, eine völlige Umkehr von dem Alten, dass der Mensch sich seiner Sündhaftigkeit bewusst war und sich komplett davon abwenden wollte. In Matthäus 11 lesen wir Verse 28 bis 29. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also, der Herr sagt hier, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Auf was bezieht sich das? Das bezieht sich nicht erstmal mühselig und beladen von irgendwelchen Dingen, was auch immer, sondern es bezieht sich auf mühselig und beladen aufgrund von der Sünde. Die Menschen, die mühselig und beladen sind von ihrer Sündhaftigkeit, dass sie erkannt haben, sie sind verdorben, die ruft, der Herr kommt her zu mir, aber die einfach ihn zum Herr machen wollen, weil er Brote vermattert oder sonstige Dinge, mit solchen kann der Herr nichts anfangen. Natürlich hat der Herr auch andere Menschen lieb, das muss man auch immer sagen und festhalten, hat er Menschen lieb, die andersweitig, mühselig und beladen sind. Aber wenn der Mensch nicht dann erkennt, dass er ein Sünder ist und so zu Christus kommt, dann will der Herr und kann der Herr ihm nicht helfen. Wie gesagt, wenn ein Mensch bloß mit dieser Motivation zum Herrn geht, dass seine Umstände verbessert werden, dann wird er niemals errettet werden. Das ist eine falsche Motivation. Auch wenn mit ihm gesprochen wird, auch wenn mit ihm ein Seelsorgergespräch gesprochen wird, auch wenn mit ihm zusammen gebetet wird, auch wenn er die schönsten Worte im Gebet findet, dann hat er dennoch nie die Möglichkeit zum Herrn zu kommen. Die Trauer, die Gott will, ist die Trauer aufgrund von Sünde und nicht die Trauer aufgrund von anderen Dingen. Ich will zu einer Begebenheit eines junges Mannes gehen, die wir in der Schrift lesen, in Matthäus 19. Schlagt es gerne mit mir auf. In Matthäus 19, Vers 16 bis 26, da sehen wir einmal einen Herrn, er heißt reicher Jüngling und das war ein ehrlicher Typ, wie ich finde. Aus den anderen Evangelien lesen wir auch, dass er selbst zu dem Herrn sich niedergelegt hat. Ich lese mal Vers 16, da steht, guter Meister, sagt der reiche Jüngling zum Herrn Jesus, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Ja, das ist doch die absolut entscheidende Frage. Wir sehen aus dem Markus-Evangelium, dass er nicht nur das Ganze so gesagt hat, sondern er hat sich selbst auf den Boden geworfen, vor dem Herrn Jesus, er hat sich hingekniet, also er hatte sozusagen die richtige Haltung. Er nennt ihn sogar guter Meister, er war sich bewusst, wer der Herr ist zum einen, teilweise. Er stellt die Frage an die richtige Person, also könnte man sagen, das ist ja eigentlich die perfekte Vorlage, um diesen Menschen zum Herrn zu bringen. Stellen wir uns mal das Ganze vor, als ob es hier vor uns gewesen wäre, dass hier ein Mensch hinkommt und er fällt nieder und schreit, ja was muss ich tun, um errettet zu werden? Was muss ich tun? Wie würden wir wohl handeln in solch einer Situation? Würden wir sprechen das Gebet mit mir und dann bist du vom Neuen geboren und wir alle würden sagen, ja schön, ein Mensch hat sich bekehrt, jetzt hat sich jemand errettet, aber der Herr Jesus, er handelt nicht so. Er sagt in Vers 17, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Ja, wie gesagt, wenn, stell dir vor, jemand von uns würde sagen, halte die Gebote, so wirst du errettet. Wir würden doch alle sagen, Moment mal Bruder, wir würden im Nebenraum gezerrt werden und sagen, was ist das bitte für eine Theologie? Wir werden aus Gnade durch Glauben errettet und nicht aus Werken des Gesetzes. Aber dadurch, das sagt ja hier der Herr Jesus und er weiß natürlich, das stimmt ja auch, dass wir nur aus Gnade errettet werden, er ist ja der allmächtige Gott, aber was der Herr Jesus hier versucht hat, ist folgendes, lesen wir Vers 18 weiter, der sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Der Herr Jesus erhaltet ihm den Spiegel vor, er will ihm zeigen, schau mal, du kommst zu mir, aber dir mangelt es einer ganz grundsätzlichen Sache, nämlich, dass dir nicht bewusst ist, dass du ein Sünder bist. Deswegen tut der Herr Jesus ihm den Spiegel vor halten. Ich habe ja verdient, in die Hölle zu kommen. Das war die Motivation des Herrn. Und dann sagt der junge Mann in Vers 20, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Wir sehen, wie sehr der Mensch in seiner Selbstgerechtigkeit gefangen war. Und dann tut der Herr Jesus das Kernproblem von dem jungen Mann ansprechen. Und zwar, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Das Kernproblem des jungen Mannes wollte der Herr Jesus ansprechen, nämlich er kannte ja das Herz des jungen Mannes. Er hat gesagt, dir mangelt es, du verstehst nicht, dass du ein Sünder bist. Und um am besten zu verdeutlichen, hat er gesagt, schau mal was du hast. Das ist jetzt nicht erstmal grundsätzlich, dass jeder Mensch alles verkauft, was er hat, aber das hat der Herr hier gefordert an den jungen Mann, damit er erkennt, dir mangelnd ist, dass du nicht alles abgeben willst. Und in Vers 22 als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Also wir sehen, er war doch nicht so sehr motiviert, dem Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen nach zu folgen. Und der Herr Jesus könnte hier natürlich ganz anders handeln. Er könnte sagen, ja, sprich mit mir ein Gebet, so wirst du errettet und wir würden alle uns freuen und dies und jenes. Aber so hat der Herr überhaupt nicht gehandelt. Also lasst mich das kurz festhalten, der Herr will uns nicht erretten von einer minimalen Freude ohne Christus zu einer maximalen Freude in Christus oder von äußeren Umständen sondern erst mal von der Kernproblem nämlich dass der Mensch sündigt vor Gott unter einer falschen Herrschaft steht und davon muss der Mensch Buße tun. Und das Ganze sage ich jetzt nicht nur in dieser Versammlung um erst mal das Problem zu erwähnen dass es sehr oft herrscht in evangelikalen Kreisen dass wir so mit falschen Methoden die Menschen zum Herrn Jesus bringen wollen sondern ganz auch bewusst hier in dieser Versammlung wenn ich persönlich werden darf und zwar weil ich das empfinden habe und das ja auch wirklich in die Tat umgesetzt wird dass einfach nur weil Menschen nach vorne kommen dass sie nach vorne kommen zum Beispiel letztens bei der Evangelisation dabei wissen wir ja überhaupt nicht ob der Mensch jetzt vom Neuen Geboren ist oder nicht und sie kommen oftmals in eine falsche Sicherheit es gibt auch wirklich Beispiele wo ein Mensch kommt er wohnt in Pforzheim er spricht mit uns ein Gebet geht wieder nach Hause wir sehen ihn nie wieder und tun ihn als wieder geboren deklarieren lebt in der Sünde und in der Welt wieder vor beugt sich einfach Menschen sofort als wieder geboren zu bezeichnen wenn einfach nur weil sie ein Gebet gesprochen haben was sagt denn die Schrift dazu woran kann man dann wirklich einen wieder geboren erkennen etwa anhand der Worte im Gebet die man im Gebet wählt oder wie viele Tränen im Gebet fließen auf jeden Fall nicht sondern eine wahre Wiedergeburt zeigt sich an was ganz anderem wir können aufschlagen den ersten Johannesbrief Kapitel 1 Vers 6 eine wahre Wiedergeburt wird man niemals einfach am Zeitpunkt der Wiedergeburt erkennen sondern immer erst anhand der Folgen danach 1. Johannes 1 Vers 6 dort steht wenn wir sagen dass wir Gemeinschaft mit ihm haben also wenn ich sage ich bin ein wirklich wiedergeborener Christ und doch in der Finsternis wandle so lügen wir und tun nicht die Wahrheit also wenn wir sagen dass wir im Herrn sind aber konstant in Sünde leben und gegen seinen Willen tun und handeln dann gibt es keinen Beweis dafür dass man ein wiedergeborener Christ ist was bedeutet das ich will das ganze klarstellen damit wir uns nicht falsch verstehen das bedeutet jetzt nicht dass man nachdem man sich bekehrt Kraft versucht jetzt gute Werke zu tun sich anzustrengen im Wandel damit die Mitmenschen sehen dass man jetzt ein wiedergeborener Christ ist das bedeutet das nicht es bedeutet auch nicht Sündlosigkeit dass wir nach der Wiedergeburt in einen Stellung oder in einen Zustand der Sündlosigkeit kommen sondern es kann auch mal sehr gut sein dass man einen Schritt nach vorne geht in der Nachfolge und wieder rückwärts geht und Und zwar müssen wir da immer wissen was bei der Wiedergeburt geschieht Bei der Wiedergeburt ist es nicht nur so dass wir in die Stellung eines Gerechten kommen das der Herr uns für gerecht erklärt sondern bei der Wiedergeburt schenkt der Herr uns auch immer ein neues Herz und einen neuen Geist Wir werden zu einem absolut neuen Menschen und diese Tatsache hat sehr viele Folgen mit sich im Wandel Nämlich als Nicht Wiedergeborener konnten wir mit dem Wort Gottes davor noch nicht wirklich was anfangen Wir hatten keine Freude an dem Gesetz des Herrn Wir haben die Gebote Gottes eher als Einschränkung empfunden als Einschränkung für völlige Freude als Einschränkung für Spaß als Einschränkung für gewisse Dinge Aber jetzt nachdem der Herr uns erneuert hat lieben wir auf einmal den Herrn wir lieben seine Gebote wir möchten nach seinen Vorschriften wandeln Natürlich geschieht es nicht immer perfekt aber wenn wir dann fallen dann werden wir betrübt dann fühlen wir uns nicht wohl auch wenn es vielleicht für eine kurze Zeit anhält dann möchten wir aus diesem Zustand raus wir haben kein Wohlgefallen mehr an Sünde wir freuen uns die Gebote Gottes zu halten und das ist ja gerade diese Liebe die wir haben wir lieben die die grundsätzlich das Verlangen danach der Umgang mit Sünde ist das entscheidende während wir davor von Sünde nicht betrübt worden sind ist es jetzt als Wiedergeborene so dass es uns wirklich betrübt wenn wir fallen wir haben Kummer wir möchten aus diesem Zustand heraus und der Herr führt uns wieder zu Buße deswegen möchte ich das sagen was der Apostel Paulus auch sagt durch den Herrn erforscht euch selbst ob ihr im Glauben steht prüft euch selbst ja das möchte ich dann auch uns persönlich fragen aus welcher Motivation sind wir bei dem Herrn sind wir nur zu ihm gekommen damit wir bessere Umstände haben oder sind wir wirklich bei ihm weil wir erkannt haben er ist der einzige Herr und Heiland seine Liebe zu uns ist so gewaltig groß dass er für uns am Kreuz starb und das nehmen wir dankend an und jetzt möchten wir von ganzem Herzen ihm nachfolgen es geht nicht darum dass wir zum Herrn Jesus kommen dass wir zu einer Taufe zugelassen werden es geht nicht darum dass wir in der Familie eine bessere Stellung haben wir wissen ja dass wir viele christliche Familien haben da ist ja grundsätzlich auch die Erwartung dass man sich mal taufen zum Herrn kommt aber wenn eine falsche Motivation daran hat der Herr kein wohl gefallen so wie er geweint hat über Jerusalem nachdem die Menschen ihm bei Palmsonntag ihm die ganzen Zweige hingelegt haben obwohl sie ihn ja verherrlichen wollten hat er über sie geweint so weint er auch über Leute die mit einer falschen Motivation zum Herrn Jesus Christus kommen da kann er mit nichts anfangen wir sollen sein wie der eine Schaf in Lukas 15 der von den 99 Gerechten gegangen ist er hat sich verirrt 99 Gerechte die keine Buße getan haben sie haben sich für gerecht gehalten wir sollen so ein wie der eine Schaf der gegangen ist und der dann Buße getan hat erkannt hat er ist verloren nur das eine Schaf hat der Herr Jesus errettet das Ganze kann man zusammenfassen mit den Worten aus Matthäus 5 Matthäus 7 Verzeihung schreibt mit mir gerne Matthäus 7 auf ab Vers 16 an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln so bringt jeder gute Baum gute Früchte der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen jeder Baum der keine gute Frucht bringt wird abgehauen und ins Feuer geworfen darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen und jetzt nicht jeder der zu mir sagt Herr Herr wird in das Reich der Himmel eingehen sondern wer den Willen meines haben sondern es war eine grundsätzliche Haltung sie haben grundsätzlich in dieser Haltung gelebt den Herrn Jesus Herr zu nennen aber der Herr sagt hier ich habe euch nie gekannt später also nie es gab keinen Zeitpunkt in dem Leben dieser Menschen an dem sie jemals vom Neuen geboren waren viele werden an jenem Tag zu mir sagen Herr Herr haben wir nicht in deinem Namen geweiss und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht und dann werde ich ihnen bezeugen ich habe euch nie gekannt weicht von mir ihr Gesetzlosen diese Menschen kamen mit einer falschen Motivation zum Herrn sie wollten sich selbst bereichern sie kamen in der Nachfolge zum Herrn um noch mehr Ehre zu erlangen aus einer falschen Motivation aber nicht weil sie die Last ihrer Sünde erkannt haben und damit zum Herrn gegangen sind das Ganze ist keine Werksgerechtigkeit wenn der Herr sagt sondern wer den Willen meines Vaters tut sondern wer wirklich vom Neuen geboren ist der will den Willen des Vaters tun und für das all das tun und streben in der Heiligung müssen wir uns aber immer eines als Grundlage festhalten und zwar die Grundlage ist folgendes nämlich dass der Herr unsere Gerechtigkeit ist dass unsere Strafe und unsere Sünde auf dem Herrn Jesus Christus liegt und er es von uns abbekommen hat und seine vollkommene Gerechtigkeit wurde uns geschenkt das müssen wir immer als Grundlage haben wenn wir vom Neuen geboren sind und dadurch wächst dann all das tun in der Heiligung ich möchte die Predigt wenden lasst uns noch beten ja Herr Jesus schenke uns bitte Weisheit dafür wie wir den Menschen wirklich von dir erzählen sollen dass wir nicht ein falsches Evangelium verkündigen dass wir nicht den Menschen etwas von dir erzählen wollen dass du erst mal gar nicht geben willst sondern dass wir den Menschen von ihrer Sündhaftigkeit erzählen wollen dass sie unter der falschen Herrschaft stehen dass sie davon umkehren und Buße tun Herr schenke uns da bitte Weisheit und zeige bitte auch einem jeden ob er vom neuen geboren ist oder nicht errette bitte auch und zerschlage alle falsche Sicherheiten Herr Amen